Jo, hallo Leute, hier sind wir auch wieder zurück beim Table Janice Gamer mit Rayman Legends. Wir haben hier eine schwierige Aufgabe. Zack. Oh mein Gott. Also diese Laserdinger, ne, ganz im Ernst, Leute, die sind mir ja nicht geheuer, ne? Also die sind mir ja überhaupt nicht geheuer. So, und... Ey, ich frage mich auch, ob es da oben nicht noch was gibt. Ich könnte schwören, da gibt es noch was, ey. Ich kenne noch, ich kenne noch. Ja, leck mich doch, Alter. Ne, ey. Ey, du bist so ein Pascha, ne? Ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Hat er mich auch noch erwischt, ey. Ich könnte kotzen. Ja, was denn? Obwohl, ich glaube, da gibt es nichts, ne. Lassen wir es mal weg, auf gut Glück. Alter, hier muss... Murphy? Ey, Murphy. Yay. Was geht, Kollege? Ist auch wieder dabei, alles klar. Aha. Okay, da oben kann ich wohl nicht weiter. Ey, das verwirrt einen aber auch alles hier schon... Ah, Moment. Da gibt es was. 100 Prozent. Da gibt es nichts. Schade. Ey, ich hätte schwören können, dass die da was gemacht haben. So, jetzt müssen wir uns hier... Mein Gott, diese Gans mit ihren Quarantäne. Good morning. Ja, okay, das war der erste. Nice. So. Den haben wir auch weg. Okay. Und den haben wir auch weg. Und hier geht es nicht lang. Aber da unten. Das sehe ich. Ich sehe, dass du den hast, du Spacko. Okay, der ist auch weg. Und hier müssen wir uns auch wieder ducken wie ein echter Ninja. Das kommt mir so ein bisschen vor wie bei... Beim Mark of... Der Ninja gerade. Ah, schön. So. Da oben gibt es noch was. Könnte ich schwören. Da kommen wir gar nicht hin, ne? Ne. Oder? Ne, da kommen wir nicht hin. Okay, dann lasst uns mal durchgehen. Auch wenn ich das Gefühl habe, schon irgendwo was vergessen zu haben. Da, keine Ahnung. Mir kommt das irgendwie ein bisschen... Bisschen wenig vor, was wir hier gerade haben bisher. Aber nun gut. Außerdem ist alles schwarz. Man kann... Verstecke nur schlecht erkennen. Noch schlechter als sonst. Ah, hier oben vielleicht was? Ne. Und da unten kann ja nichts sein. Ich meine, da bin ich ja direkt tot. Aber da... Ja, da sehe ich doch, dass sich da was schiebt. Ist da nichts? Ist da wirklich nichts? Ist da wirklich nichts? Scheint wirklich nichts zu sein. Ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher, Leute. Ey, man weiß es ja nie, ne? Irgendwo müssen die komischen Lungs ja stecken. Und meistens stecken sie irgendwo da oben. An Orten, in denen man es niemals vermuten würde. So, komm, ihr Dreckigen. Habt ihr eigentlich das Spiel schon durch, Leute? Ja, zack, help me. So, den kann ich auch abtrennen, glaube ich. Hä, kann ich nicht die Seile benutzen? Anscheinend nicht. Aber hier ist auch keiner, glaube ich. So. Den haben wir auch. Ich überlege gerade, das braucht man bestimmt irgendwo für. Oder auch nicht. Hä? Da ist mir nicht ganz geheuer hier. Da war bestimmt noch was. Ja, mach mich mal kaputt. Da war bestimmt noch was da oben. So, hier ist er. Scheiße. Ich könnte wetten, da war was. So, pass auf. Zeige ich euch jetzt, wo da was war. Obwohl, ne, ne. Das ist zu heftig. Das ist zu heftig. Ne, das glaube ich nicht. Okay, so. Oder vielleicht doch. Ach man, man weiß es nie. Wie, man kann immer nur hoffen, dass da nichts war. Ich höre das schon wieder. Ah. Da. Guck mal, jetzt habe ich die. Diese habe ich bisher. Aber irgendwo, irgendwo. Irgendwo fehlt. Ja. Ich hoffe, das ist der erste dieser Art, Leute. Ich hoffe, es ist wirklich. Ansonsten habe ich ein Problem. Ach du Scheiße. Nein. Nein. Boah, Murphy, du bist so ein Trottel, ne. Geh da oben. So, ey. Weißt du? Haut der mich auch noch richtig schön in die Wand rein, der Murphy. So ein Idiot. Hä? Hä? Ich bin viel zu blöd dafür gerade. Kann das überhaupt nicht. Scheiße, ey. Dabei muss ich das doch schaffen. Alter, wie viele kommen denn da? Da war der Spacko. Ne. Da war er doch schon. Und ich habe es verkackt. Alter, lass mich in Ruhe, du Scheißkind. Entschuldigung, Deichkind. Wow, Alter. Ne. So, okay. Den erstmal hier. Okay, im Grunde. Im Grunde sind die alle einfach. Boah. Alles klar. Geschafft. Das war... Na, was heißt das war easy, ne. Ich habe ja Schwierigkeiten gehabt, Freunde. Na, ist er wieder der Kleine. Komm, geschenke mir ein Herz, du süße Herr. Ja, es war der Zweite. Fuck you. Es war der Zweite. Nein. Wo ist der Erste? Wo war der Erste? Wo haben wir den Ersten vergessen? Ich glaube es nicht, Leute. Es war doch nur der Erste, der Zweite. Scheiße. Wo um alles in der Welt. Wo um alles in der Welt ist er. Der geheimnisvolle Erste. Das ärgert mich echt irgendwie, muss ich sagen. Das ärgert mich. Wo ist der Spacko? Nein. Wir haben ihn nicht. Tja, da müssen wir wohl nochmal gucken dann. Ah, geil. 605, ey. Einmal knapp, knapp drüber. Das ist ja auch mal was. Mal Glück gehabt. Da müssen wir dann nochmal gucken am Ende der Welt. Den will ich ja schon irgendwo haben, ne. Also den, den, den will ich haben. Wo könnte der sein, ey. Das gibt es doch gar nicht. Nur einen von denen. Schade. Aber was willst du machen? So, wir gehen hier schon mal ins Barbara-Level rein. Bevor wir den nächsten Part starten. So, und gehen auch schon mal ins Level rein. Würde ich sagen, eiskalt. Ein Versuch. Ziehen wir uns noch zu. Rette den letzten kleinen Linken, bevor die Zeit um ist. Ich habe 120 Sekunden. Okay, wir machen dann hier den Cut. Sehen uns im nächsten Part wieder, Leute. Indem wir dann versuchen, den letzten kleinen Link in 120 Sekunden zu retten. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und bis zum nächsten Mal. Euer Table Tennis Gamer. Ciao, Leute.